Servus! Grüezi und hallo! Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 6. Wie immer gucken wir als erstes ins Album. Nein, da finden wir keine Bilder. Da finden wir immer eine kleine Rückblende von dem was passiert ist. Und zwar die Blackjack. Die Gruppe hat Ultros besiegt und Kontakt zu Puma hergestellt. Dank der Geistesgegenwart von Celes willigt Puma ein, die Gruppe an alle Orte zu bringen, die sie besuchen wollen. Ja, irgendwie, ich hatte heute... Keine Ahnung, irgendwie... Mein Gehirn sagt gerade... Tralalalalala... Ja, so. Mal, mal, doch mal. Ich will euch erstmal den neuesten Skill, die neueste Blitz-Tech von dem Zack zeigen. Die ist ein bisschen schwierig durchzuführen. Kann sein, dass ich da mehrere Anläufe brauche, denn... Ich tue mich immer schwer bei diesen Schrägtasten... Weil mein Controller ist ein bisschen... Wie soll ich sagen? Zu... Intensiv. So. Klingensturm! Bäm! Muss man dazu noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. So. Nach der Präsentation unserer neuen Skills... Gehen wir, wie angekündigt, hier in die Stadt namens Tezen. Nicht sitzen, sondern tezen. So. Gehen wir mal kurz hier rein. Leute! Ähm... Moment. Erstmal... Nun. Es ist jetzt amtlich. Ich werde... Ich habe... Mir... Vorgenommen. Nein. Ich habe... Ich fang noch mal an. Moment. Die jungen Männer unserer Stadt wurden fast alle in den Kriegsdienst über den Gestalt gezwungen. Das komplette Herrschergeschlecht Tezens wurde vom Imperium aus radiert. Was machst du da? Hallo? Mama, sag ich soll nicht draußen spielen, weil das so gefährlich ist. Ja, dann lass es. Die Stadt steht unter imperialer Besatzung. Ja. Nicht nur die, auch andere. Also. Von vorne. Lass mich durch, du Qualle, du. Ich habe... Mir... Jetzt... Nochmal. Nein. Wird immer hier unterbrochen, hier. Was sagt Schwert? Ein Bus dort. Ähm... Schwabel. Nein. Also. Nochmal. Ich fang einfach zum neunten Mal an. Ich habe... Jetzt... Na gut, ich geh jetzt mal einkaufen. Ne, 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 ne. So, zum zehnten Mal. Ich habe jetzt nur einen offiziellen wirklichen Uploadplan fertig gezimmert. Äh, gibt zwar noch kein Video davon, aber zumindest der Uploadplan auf meiner... Ich hätte gerade fast Homepage gesagt. Nein. Auf meinem Kanal ist jetzt offiziell und fertig. Der wird bald als Uploadplan Video veröffentlicht werden. Das alte Uploadplan Video wird dafür dann gelöscht. Hast hier nichts verloren. Hau ab! Im Geheimen will ich erst dir anvertrauen. Die imperiale Waffe Wächter ist zwar unbeweglich, dafür aber von kolossaler Stärke. Fliehe, wenn du sie siehst. Ja, merkt euch das mal. Mit Rebellen machen wir kurzen Prozess. Okay. Gut, dass ich kein Rebellen bin. Also, ja. Tief in einer Höhle im Osten dieses Kontinents gibt es eine große Pforte. So pflegte schon mein Großvater mir zu erzählen. Mein Kleiner ist schon wieder ausgebüxt. Dabei habe ich ihn doch verboten draußen zu spielen. Der ist unten. Der ist unten. Kannst du da mal gucken? So. Der Start ist langweilig. Ich gehe wieder. Tschüss. Hätte ich mir auch sparen können. Irgendwie. So, ne? Ja, Leute. Also. Uploadplan Video wird demnächst online kommen. Das alte verschwindet. Ihr könnt ja schon mal reinschauen, wie euch so das neue Uploadplan Schema gefällt. Und gerne Kommentare unter diesem Video. Also diesem. Was ihr jetzt gerade seht. Und. Ja. Ich weiß. Ja. Ne? Ich kann schon mal so weit ankündigen. Jedes Projekt wird zweimal die Wache. Die Wache. Die Woche kommen. Und. Es gibt zwei neue Projekte. Kann ich schon mal hier kurz ankündigen. Einmal. Wird es. Alan Wake geben. Alan Wake. Mit allen DLCs. Und. Mit. Dem. Nachfolger. Stand and Lone Spiel. Namens. Alan Wake's American Nightmare. Das wird alles. Nahtlos. In einem. Rutsch. Durchgespielt. Das ist. Das erste neue Projekt. Dann. Das zweite neue Projekt. ist. Muss ich selbst mal gucken. Ähm. Moment. Einem Sinn. Und dann so. Dann hin und her. Silent Hill Homecoming. Ja. Dieses Spiel ist das zweite. Was ich. Jetzt. Als. Neues Projekt. Beginnen werde. Die zwei Projekte. Die werden. Hoffentlich. Euch. Gefallen. Alorak. Ist nicht blind. Aber. Silent Hill. Homecoming. Ich habe. Hier doch. Die gesehen. Verschwinde. Leute. Ich sage es euch gleich. Hier werden wir nicht. Denn. Wir werden. Ausgeräumt. Wenn wir hier. Im Gasthaus. Pennen würden. Und. Ich ärgere mich. Gerade. Dass ich ein Zelt verwendet habe. Denn. Wir hätten. Nämlich. Hier. Uns kostenlos heilen können. Seid ihr dem Imperium ergeben? Nö. Verräter. Ich habe nur gesagt. Nö. Na gut. Dann klopfen wir die kurz weg. Ja. Neuer Ablaufplan. Ich hoffe es ist okay für euch. Ich hoffe die neuen Projekte sind auch für euch okay. Euch könnte es vielleicht gelingen. Junge Held. Das Schicksal dieser Wild liegt in euren Händen. Schlagt euch tapfer. Ja. Die hätte uns nämlich kostenlos geheilt. Kann man hier eigentlich was kaufen. Nichts Relevantes. Mit Cervantes. Ja. Äh. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neuen Projekte. Ich hoffe es ist okay für euch. Die. Äh. Also. Ja. Zum einen. Ich denke mal zweimal. Jedes Spiel in einer Woche ist okay. Ist nicht so viel. Und auch nicht so wenig. Man erzählt die Generalin Zähne. Es sei zu den Rückkehrern übergelaufen. Diese Näherinnen. Ihr Kampf wird aussichtslos sein. Kenn ich ja alle schon. Und. Ich hoffe für euch. Die. Verteilung dieser Projekte ist okay. Ich habe. Versucht. Das so zu gestalten. Dass. Ja. Dass das jeder irgendwie da zufrieden sein könnte. Wie gesagt. Also. Ja. Schreibt mal eure Meinung. Wenn es geht. Der Leiter des Mag CIA-Labors. Dr. Sid ist ein Genie. Er hat das Volk empreizt das mein Sohn den Zauber. Vita zu beherrscht. Achja der небольш. Der muss in einfachenícia passive existieren. Rochebe. Guckt mal. Vita. Grüßt. Ja. Die können uns auch mal kurz heilen. Das äh. Find ich. Find ich es gut. Dass das hier sein Kann. Exzitiert? Yeah! Zeitreinkehrer! Oh! Okay. Daran kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Ist das neu? Weiß ich gar nicht. So, äh, ja. Ne? Upload-Plan-Video. Ich, äh... Weißt du, irgendwie komm ich grad vom Thema nicht los. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja. Für jeden ist da was bei. Denk ich mir mal so. Was, Programm? 6,5? Macht nicht stumm. Okay, so. Ne, wie das, Blitzra! Oh, Blitzra ist ganz wichtig. Wäre beinahe ins Auge gegangen. Hä? Komm ich das? Schütter doch mal hin! Warum schickt man mich runter? Okay. Offenbar komm ich da nicht hin. So, Leute. Wir haben hier noch mal was fertig. Dann... Du bist auch fertig. Sobald Lurka Kirin fertig gelernt hat, werde ich halt die... S-Bars neu verteilen. Damit jeder dann die restlichen Sachen lernen kann. Was ist hier? Zugang zum Marketing-Labor ist nur autorisierten Personal gestattet. Zugang zum Marketing-Labor ist nur autorisierten Personal gestattet. Okay. Hopi. Psst! Hey, du! Ja, du! Ich stehe hier auf Seiten der Rückkehrer. Man hat mir von euch berichtet. Pass auf! Ich lege die Wachen ab. In der Seite klitterst du von hier über die Kiste auf den Stahl... ...Köhm, Träger... ...ich brauch Pulmol. ...und du trinkst so in das Maggitglabor ein. Kann die Mission losgehen? Jawohl! Habe ja sonst nichts zu tun. Äh, hallo? Ui-h-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ja, geh doch hoch da jetzt! Hallo? Brauchst du ne Einladung? Hoch da! Sag mal, jetzt geh da hoch! Mein Gott! Schnell, schnell, schnell! Ich glaube, ich muss gleich... Du wischst das weg! Ja, danke, alter Mann. Ich hoffe, dir geht's gleich wieder besser. Wir gehen weiter ins Markitech-Labor. Ich sag's euch gleich, die Gegner hier sind allesamt blitzanfällig, aber ich denke, das ist interessant. Ich habe gut gelevelt und draußen habe ich auch richtig Schaden gemacht, aber hier drin, ihr seht es, ich mache nicht mal 200 Schaden pro Angriff. Okay, ja, ausnahmsweise da mal. Wow, okay. Aber, naja, noch haben wir keine Probleme. Ich will halt meine, meine Magiepunkte gerne aufheben. So. Ich sag's euch gleich, dieses Dungeon ist sehr, wie soll ich sagen, unübersichtlich. Wir können ja mal... Wir können ja mal... Das ist Feuer. Ne. Hast du? Du. Ja, du hast Blisra. Könnt ihr mal hier... So. Das ist mal ein Wort, oder? So, jetzt guck ich mal kurz... Äh... Wie war das jetzt hier? Okay, okay... Was seid ihr denn? Zwiebling! Hey! Die Anspielung an der Zwiebelritter! Hehehe... Schön, 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 schön! So... Ich muss echt gleich mal gucken, wegen... Wegen den Dungeon, weil der ist echt so unübersichtlich. Okay... Kiste! Ja! Eine Flammenzunge! Schauen wir doch mal... Oh! Okay... Sehr cool! Das war's hier aber auch schon wieder, ne? Ah! Sehr schön! So, als nächstes... Ah! Kampf! Okay! Gucken wir doch mal die neue Waffe an! Ist zwar blöd, dass das Feuerschaden macht... Da wir nämlich hier eher auf Blitz setzen müssten... Aber... Sieht stylisch aus! Ja, durchaus! Was? Oh! Okay! Bäm! Ein Hotdog! So, zwei Röhren! Hier komm ich zurück! Hm... Welche Röhre ist jetzt... Ich glaub die rechte, oder? Hat mir das mal, was mir english klassen! Ja... Ne, ich hab den. Ä dein 18 Braumen durch zum Parlament! Ja... Neita! Okay! Oh, oh... Nöööööööööööööööööööö! Ne-de-de-de-de-di-de-de-de, De-de-開心! Dede-de-de-de-de-diede-de... Bellze-de-de,laimed... Da ist noch ein kleiner Pelzeg. Ja, ich will nur spielen. Jetzt hab ich den Plan verloren. Wo geht's jetzt weiter? Ähm... Ach so! Doch! Zack, mach du das mal! Ja doch, das war gut, dass ich den Zauber gelehrt habe. So... Ja, das war... Tja, das war toll! Warte mal, wenn ich... So, dann so... Das ist aber auch nichts. Hä? Wie komm ich denn jetzt weiter? Sag doch, der... Das Dungeon ist... Grausam! Kann sich nur um Stunden handeln. Zum Glück gehen die Kämpfer mit Blizzra sehr schnell. Okay, noch einmal. Sondieren wir die Lage. Echt jetzt? Na ja, das kann sich nur hinziehen. Also, manchmal ist die Gegner-Wiederholungsrate sehr hoch. Vor allem, wenn man was sucht. Das ist so nervig, ey. Das ist so nervig, ey. Ach! Oh, okay! Ja! Ja, gut! Ja, gut! Exposion! Ist hier lang? Sag doch, dieses Dungeon... Na ja. Ist, glaub ich, mein Hass-Dungeon in diesem Spiel. Ist, glaub ich, mein Hass-Dungeon in diesem Spiel. Mal davon abgesehen, dass Vector an sich sowieso eine total hässliche Stadt ist. Da komm ich doch, glaub ich. Wow! Okay! Okay! Ja! Ah! Ihr seht, ne? Es ist hier sehr schön. So! Ja! Ne Donner-Klinge! Das klingt doch sehr gut! Das ist passend hier. Oder? So, kriegst du eine Donner-Klinge? Dann kannst du die Flamme-Tonke bekommen. Ja! Ja! Sehr schön! Nein! So, wir können mal wieder normal angreifen hier. Ja! Ja! Die neuen Waffen sind geil! Alter! Die Donner-Klinge rockt ja! Ah! Kirin ist immer noch nicht fertig. Okay! Ein Allheilmittel! Okay! Du machst wieder den Blitzrahm! Irgendwo gab's hier noch's Geheimes! Was? War das hier? Weiß ich gar nicht! Ach! Echt jetzt! Habt ihr auch so geiles Wetter wie ich heute? Geil! Schön Sonne! Warm! Ja! Wenn ich nachher schön geil erstmal rausgehen und die... Ja! Die Sonne genießen! Ey! Ihr übertreibt es aber echt mal! Tja! Und bald beginnt auch die Grill-Saison! Boah! Das wär so geil! Schön fett Fleisch grillen! Boah! Das wird so geil werden! Ähm! Oben war aber noch was! Mal gucken! Moment! Ich geh nochmal... Was ich versuch nochmal hoch zu kommen irgendwie! Weil ich will natürlich die restlichen Kisten oben haben! Ich wollte schon sagen! Ich wollte schon sagen! Was ist das? Oh! 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 Ich hab's noch, wenn es so weitergeht... Oh! Und jetzt den Fall ist er nur noch nie! Oh, Zerg hat bald kein Mana mehr. Geht aber noch, geht noch. Was, Dragoonastiefel? Hui, zeig doch mal. Schuhwerk, das die Drachenritter fertigen. Das Kommando-Angriff wird zur Sprung. Hui. Okay. Klingt sehr cool, aber jetzt gerade nicht für mich. Bevor ich unten da was mache, will ich erstmal wieder versuchen, nach oben zu kommen. Der Darm war noch Kisten. So. Kann ich denn hier mal wieder zurück, oder was? Ihr nervt. Da ist die Tür. Natürlich, natürlich. Oh, Level Up. Wahnsinn. Goldschild. Was? Moment mal. Kannst du gar nicht nutzen? Doch nicht. Aber du. Schön. Schön. Äh. Warte mal, warte mal. Du könntest das... ... auch nicht benutzen, oder? Nö. Egal. Gut. Dann, 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 ja. So. Bevor ich da wieder runtergehe, will ich kurz... Echt jetzt. So, ich wollte hier nochmal was schauen. Okay, damit war nix. Gut, das, äh... Ja, dann, guck ich, ob ich hier noch was vergessen habe. Natürlich, natürlich. Ich meine, hier gab es irgendwo noch was Geheimes. Jetzt bin ich wieder hier. Ach, dann war das die Kiste, die ich gerade gesehen habe. Die ich beholen wollte. Okay, dann hab ich die jetzt. Na super, dann war es jetzt sinnlos, hier nochmal hinzugehen. Egal, so. Hab ich jetzt nur noch einen Blitz übrig? Oh, ja, glaube ich, so, ja. Reicht auch. Geh den immer noch nicht fertig, okay. So. Wir sind gleich an dieser Ecke hier fertig. Keine Sorge. Ja, aber erstmal da runter. Nein, nein. Hier, kannst du das stärkere machen. Oh, Lurk hat was gelernt. Und er ist fertig. Sehr gut. So, dann brauchst du jetzt Ramu. Du maskieren. Du Kate Sif. Und du Siren. Oder Siren. So, jeder hat jetzt hier sein letztes. Da ist die Kiste. Da ist die Kiste. 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 Zelt. Okay. Da könntest du runtergehen. Das mach ich gleich. Das mach ich. Ah. Warte mal. Was ist hier oben? Oh, okay. Dann schnell runter. Nein! Ich hab wieder einen Oblitz. Autsch. Jetzt komm! Mach hinne! Hey! Na! Ja! Goldhelm! Mit dieser Erkenntnis verlasse ich euch heute auf und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Goldschild, Goldhelm, na! Fehlt nur noch Goldrüstung, ne? Ja. Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann, liebe Leute, werden wir uns vielleicht einen Boss stellen. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal! Tschüss!